Hallo! So! Nach den Autotests äh, besser geht's leider nicht. So... Hintergrundgeräusche und so kann ich leider nicht ausblenden. Ist so ein bisschen bitter. Aber... Ich kann das nachher Leiden einfach wegmachen. Wir hoffen mal. Und... Wenn nicht, dann ja, ich meine, ne. Das Spiel ist auch laut. Wir hoffen mal, dass das Spiel ein bisschen carried. Was Lautstärke angeht. Aufgeladen. Ah, den hab ich gerade. Juhu... 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 Hooll, eine Sprung, also von Nice. Juhu... Ich bin auch gespannt, wofür ich diese ganzen Collected Bill happy braucht. Also, ustt, ob das so Art Guard-of-War ist, oder... Bande sie woher ich dann alles brauche, halt um sachen abzugucken. Was hast du erwartet? Plack dein Haar und machen einen Offer! Hey, hey, warte! Ich, der Kippur von Black Wind Mountain, habe lange been waiting für deine Anfahrt. Oh, his spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Once it was bustling with worshippers, before it was ruined by that fire. Ah. Ah. Then the temple was rebuilt. What good is it to rebuild a temple, if the good will of men has been burnt to ashes? Oh, my God. You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. Oh, that's a tough one. Good luck to you! Ich muss sagen, ich liebe was die mit der Kamera machen. Bislang. Ich finde, der Kau am Muchen. Das ist richtig nice. Oh. 11. Ha. Komm, wenn ich noch so ein Audio... ...ähh, so nicht. Nooo... 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 ...so nicht. Okay. Was war nicht, ganz aufgeladen? Egal. Ah, und ganzer Punkt ist so... Mein Level Up. Okay. Ich glaube die Suppen und die Stock sind in dem Game. Ich habe schon ausprobiert. Also mit ausprobiert meine ich, ich habe die Tasten ausprobiert. Eine Riesen habe ich auch gesehen, aber ich will erst gucken... ...was das ist. Ich habe hier wichtige Gegenstände. Kann ich da unten? Nein. Kann ich mir das angucken? Per Touchpad? Natürlich nicht. Sehr schön. Inventar. Da will ich hin. Da auch nicht. Okay, ne, steht nicht das drin, was ich gerne hätte, aber okay. Egal. Das Spiel will ich schon, glaube ich, irgendwann erklären, was das so genau macht. Ah, okay, wenn man das perfekt ausweicht, dann stellt man so ein Spiegelbild. Okay, ja. Das kenne ich von anderen Spielen. Find ich nice. Ich muss doch sagen, mit Controller mal rumzulaufen wieder, ne. Ist auch cool. Hat was. Hat man ein bisschen vermisst, muss man sagen. Oh, das ist mein Hassangriff auf jeden Fall. Oh, das ist mein Hassangriff auf jeden Fall. Oh, das ist mein Hassangriff auf jeden Fall. Dieses springend und leichter Schlag, das ist auch noch mein Hassangriff. Das ist mein Hassangriff auf jeden Fall. Ja, der Lotus. Hallo, was soll ich denn jetzt noch haben? Habe, Leute. Jetzt geht's. So, dann brauchen wir Ausdauer. Okay. Darf ich mich spielen? Ja, danke für sein. Boah. Da war Kaffee für Kugel. Nice. Noch mehr Geisteressenz. Weiß, ob das nur deswegen war. Ja, hier sind Pilze. Violett? What? Ich erwähne es in Violett. Zweige deren, aber okay. No Judge hier, ne. Die Judgen mal nicht. Mal gucken mal. Mal gucken, was der Große da hat. Und ich muss gucken, ob sich die Flasche unten links von alleine auffüllt. Oder ob das so eine Art Dark Souls 3 ist. Ohne schlechter. Ohne schlechter. Ohne schlechter. Okay. Aua. Oh. der Angriff tut weh, das ist nice, das ist gut zu wissen. Oh wow, der hat gestoriert! Oh, oh... It's been a while but the immobilized spell still works like a charm. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now here we go. Give me your hand... Ach, nice. Though it's good enough against boneheads like this one, anyway, just consider it and ace up your sleeve. No! The Yalghwais these days no no manners! Fear not! Teach him a lesson with your new style! That's my nice. Oh man. Oh, do you have a match? That's a good one. Okay. Okay. Ich muss mir noch ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist machbar, aber ungewohnt, sehr ungewohnt. Ich hätte es vielleicht lesen sollen. 127, what? Überleben, also sowas wie... Ah, ok. Oh, auch nicht schlecht. Ok, ja. Oh, das hört sich gut an. Nein, das geht gar nicht, ok. Und Zauber ist einfach wahrscheinlich... Ja. Einfach nur Buff. Ok, ähm... Die brauche ich nicht. Ich hätte gerne... Das. Während dessen Sprinten ist nice. Das wäre nicht, aber ich hätte... Affenflinkheit ist eigentlich nicht schlecht. Oder das. Beide sind nicht schlecht. Ach, das ist auch nicht schlecht. Falls mich einer dazu spammt. Ah, das ist übrigens schon keiner dazu spammt, ne? So. So. Ausdauer, äh, ausreichend weniger. Ok. Ok. Dann würde ich sagen... Hören wir erstmal richtig auf. Dank fürs Zugucken auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.